Ich möchte euch sagen, dass es religiöse Menschen in Gottesdiensten gibt, die einige die gleichen Zeichen von Menschen aufweisen, die von Teufeln besessen sind. Und lass uns dir etwas sagen, es gibt heute Gottesdienste, bei denen Menschen im Namen Christi, die zeigen Zeichen von Teufeln besessen zu sein. Du kannst heute zu einem Gottesdienst gehen, bei dem Menschen auf den Boden fallen und unkontrolliert herumflattern. Du kannst heute zu einem Gottesdienst gehen, wo Menschen mit anderen Stimmen sprechen, die nicht ihre eigenen sind. Du kannst heute zu einem Gottesdienst gehen, wo die Leute gehen. Es existiert. Es heißt die charismatische Bewegung. Nun, woher weißt du, dass diese Menschen nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind? Lass uns dir etwas sagen. Menschen in der Bibel, die vom Heiligen Geist erfüllt waren, haben keine dieser Dinge getan. Menschen, die von Teufeln besessen waren, taten diese Dinge immer. Nicht nur das. Die Bibel sagt in 1. Korinther 14 sehr deutlich über den Geist des Herrn. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Was bedeutet, dass der Heilige Geist niemals deinen Körper übernimmt? Hörst du? Niemals. In der Bibel. Wenn Menschen in der Bibel mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, lassen sie den Geist durch sie wirken. Sie erlauben dem Heiligen Geist durch sie zu sprechen. Sie sprechen, während sie vom Heiligen Geist bewegt werden. Aber der Geist der Propheten war immer den Propheten untertan. Das heißt, der Heilige Geist übernimmt nicht ihren Körper und kontrolliert sie gegen ihren Willen wie ein Roboter. Aber übernimmt der Teufel des Körpers eines Menschen und lässt ihn Dinge tun, die er normalerweise nicht tun würde? Absolut. Ich erzähle dir etwas. Ich war bei diesen charismatischen Gottesdiensten. Ich war im Gottesdienst und habe gesehen, wie diese Leute in diese Krämpfe gerieten und sagen, Oh, der Geist des Herrn kam über sie, preis den Herrn, oh, sie sprechen mit Zungen. Wenn sie auf den Boden fallen und schäumen. Wenn sie unkontrolliert hin und her schaukeln. Ich war bei einem Gottesdienst und wusste nicht, dass es charismatisch war. Eine Frau in meiner Reihe begann hin und her zu schaukeln. Ich dachte, sie hätte einen epileptischen Anfall. Ich wollte Notfall anrufen. Ich mache keinen Witz. Wenn jemand jetzt in der Gemeinde gerade angefangen würde, wie Was würdest du denken? Oh Mann, wir müssen hier Wir müssen hier einen Sanitäter holen. Das ist Epilepsie. Lass mich etwas sagen. Diese Frau war nicht auf dem Fahrersitz. Überhaupt nicht. Viele sagen, oh, sie täuschen es vor. Jetzt denke ich, dass es einige Leute gibt, die es vor täuschen. Sie werden einfach mit all der Rockmusik und den intensiven Emotionen aufgeregt. Sie zwingen nur einige Erfahrungen zum Herausspringen. Sie werfen sich auf den Boden, nur um zu Zu sehen, wie es ist. Aber ehrlich zu sagen, diese Frau hat es nicht vorgetäuscht. Ich glaube es nicht. Ich habe sie gesehen und sie saß nicht am Steuer. Jemand anderes führte die Kontrollen durch. Okay. Lass mich dir beweisen, falls du irgendwelche Zweifel hast. Wenn du sagst, nee, Pastor Anderson, das sind Manifestationen der Gaben des Geistes. Lass es mich dir jetzt beweisen. Jeder, der daran glaubt, hörst du mir zu? Jeder, der daran glaubt, jeder, der in diesen Gemeinden geht, in denen Menschen herumflattern und wie ein Hund plappern und bellen, jeder, der daran glaubt, glaubt, dass du dein Heil verlieren kannst. Alle von ihnen. Sie alle lernen eine Art Werksgerechtigkeit. Alle von ihnen. Zeig mir eine Pfingstgemeinde. Zeig mir eine charismatische Gemeinde, in der Menschen in die Gänge fallen, in der jemand sagt, dass die Erlösung allein durch den Glauben erfolgt und das ewige Leben ewig ist und dass Gott uns niemals verlassen wird. Keiner. Null. Also erzähle ich dir, mein Freund, wenn du falsche Lehren und Lügen siehst und ein Menschen siehst, die Anzeichen dafür zeigen, was die Bibel als typischen Dämonenbesitz zeigt, vielleicht sagst du, was ist, wenn sie Jesus beschuldigen, besitzen zu sein? Wo ist Jesus auf den Boden gefallen? Wo sprach Jesus mit einer Stimme, die nicht seine eigene war? Wo hat Jesus sich ins Feuer geworfen oder ins Wasser geworfen? Wo schaukelte Jesus hin und her? Wo sabbelte Jesus an sich selbst? Ich habe mit Menschen gesprochen, die diese Erfahrungen in dieser Gemeinde gemacht haben und später gerettet wurden. Ich fragte sie, wie es war. Weißt du, was sie gesagt haben? Ich erinnere mich nichts davon. Das haben sie mir gesagt. Sie sagten, ich war dort, die Musik pumpte, wir waren im Geist, wir schwanken und schwanken und das Nächste, was ich weiß. Einige Minuten später und jemand holt mich vom Boden ab. Sie sagten, du hast in Zungen gesprochen, du hast die Gabe bekommen. Sie können sich nicht einmal daran erinnern. Aber guck mal, jetzt sage ich nicht, dass ich alles darüber weiß. Ich möchte nicht alles darüber wissen. Ich will es nicht studieren. Ich möchte es darüber lernen. Ich möchte nicht auf YouTube gehen und alle die tausend von Videos von Leuten sehen, die herumfliegen. Sie gehen... Ich meine, es ist alles auf YouTube. Wenn du willst, kannst du es dir ansehen, aber ich muss es nicht sehen. Warum muss ich es sehen? Ich habe schon die Bibel gelesen und weiß schon, dass die Erlösung ewig ist. Ich weiß schon, dass die Errettung aus Gnade durch ein Glauben erfolgt und ich weiß, dass jeder, der die Werksgerichtigkeit lehrt, ein Lügner ist. Und schau, die Bibel sagt, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, das spricht über den Tag des Gerichts. Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen Geweih sagt und in deinen Namen Dämonen ausgetrieben und in deinen Namen viele Wunderdaten vollbracht? Gibt es Leute, die denken, dass sie Teufel ausgestoßen haben, aber nicht? Gibt es Leute, die betrügerisch Teufel austreiben? Vielleicht sagst du, ich habe in einem Video einen katholischen Priester gesehen, der Teufel ausgestoßen hat. Vielleicht gibt es Wahrheit in der katholischen Kirche. Schau, wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, liegt es daran, dass kein Licht in ihnen ist. Okay? Also weißt du, es ist ein Betrug. Sie werden sagen, oh, wir haben Dämonen ausgetrieben in deinem Namen. Und er sagt, und dann werde ich ihnen bezeugen. Ja, sie sagen auch, dass sie viele Wunderdaten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weißt du von mir, Gesetzlosen? Er sagte nicht, ich kannte dich, aber dann hast du deine Erlösung verloren. Du kannst deine Erlösung nicht verlieren. Er sagte, ich habe dich nie gekannt. Also ich sage dir heute, dass es eine Menge Betrug gibt. Es gibt viele Leute, die sagen, dass sie Teufel austreiben, aber nicht. Sie sind falsche Apostel. Weil die Apostel die Macht hatten, Teufel aus irgendjemandem zu werfen. Jeder, zu dem sie gingen, hatte die Macht zu sagen, im Namen Jesu Christi, komm aus ihm heraus. Und Jesus hatte die Macht, jeden Teufel auszutreiben, mit dem er in Kontakt kam. Und wenn sie diesen einen Teufel in Markus 9 nicht austreiben könnten, waren sie überrascht. Und Jesus sagte aber, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Die Apostel erhielten auch die wundersame Fähigkeit, jemandem die Hand zu geben, und sie würden geheilt werden. Jesus legt die Hände. Wir als Gläubige haben diese Kraft überhaupt nicht. Gar nicht. Aber können wir für jemanden beten, und er würde geheilt werden? Jakobus 5 lehrt das. Sollten wir jemanden mit Öl salben und im Namen des Herrn beten, dass er geheilt wird? Ich habe das als Pastor getan, okay? Das ist biblisch. Aber ich habe nicht die Macht, den Kranken die Hände aufzulegen, und sie würden sich alle erholen. Aber können wir dafür beten? Ja. Aber weißt du, ich sage nicht, komm aus ihm heraus, du unreiner Teufel. Ja. Und wirf sie dann einfach aus. Weil ich diese Macht nicht habe. Jeder Gläubige kann das nicht tun. Ich bin kein Apostel. Aber es gibt viele Leute, die versuchen, dich davon zu überzeugen, dass sie es sind. Der Apostel Paulus war der letzte Apostel nach der Bibel.